Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot mit Wertehändigkeit im harte Dienen und diesem schönen Spiel unserem Lieblings-Survival-Crafting-Game, Core Keeper. Tja, heute geht es mal um eine westrische Angelegenheit, wenn man so möchte. Und zwar geht es heute mal um die verschiedenen Gewässer. Die habe ich hier schon mal alle aufgebaut. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Und unter anderem auch das neue. Und wir möchten jetzt mal mit euch testen, oder ich möchte mal mit euch testen. Die anderen zwei sind dann leider nicht dabei. Das reimt sich wieder mal. Aber deshalb mache ich es allein. Welches Wasser besiegt denn welches Wasser? Das haben wir schon mal gemacht, das Video. In diesem Falle ist es ein bisschen einfacher, weil wir ja nur das eine neue Crystal-Biom-Wasser haben. Aber mal um zu gucken, welches Wasser denn davon eingenommen wird oder welches nicht, ist vielleicht für viele auch ganz interessant zu wissen, die es sich vielleicht in die Basis holen möchten. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, diese Eimer zu benutzen, was uns dadurch bedeutend einfacher macht. Wir haben es ja hier schon probiert, da ging es nicht. Ich mache es trotzdem nochmal überall. Ich kann euch nicht mal ganz genau sagen, also das ist auf jeden Fall Moldwasser. Das ist das Moldwasser. Das ist das Atzius. Äh, Quatsch, das Sankt-Sea-Wasser. Und das ist das Atzius-Wasser, eins von den dreien. Äh, leider... Das ist das normale Wasser auf jeden Fall. Das habe ich zuerst reingefüllt, das weiß ich hundertprozentig. Hier oben haben wir Atzius-Wasser. Aber die sehen halt komischerweise alle gleich aus. Ich dachte, das wäre mal ein Unterschied gewesen, aber ich weiß nicht mehr. Wir fangen auch mit dem an. Und das sehen wir schon, das hat das schon eingenommen. Das klappt. Dann haben wir hier das Moldwasser. Und auch das Moldwasser nimmt... Okay. Krass. Das ist auch stärker als Moldwasser. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt so geht. Sollen wir jetzt gleich sehen. Okay, auch das Wasser nimmt es ein. Okay, das... Äh... Okay, das ist ja interessant. Also wenn wir das jetzt hier draufschütten, nimmt das alles ein. Das ist interessant. Also offensichtlich ist das tatsächlich das stärkste Wasser. Wir werden jetzt noch einen kleinen Test machen, Leute. Weil als ich, äh... Weil wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt... Warte mal, ich mach's mal hier hin. Nein. Wenn wir jetzt hier nämlich zum Beispiel ein Wasser reinfüllen. Von dem neuen. Und lachen dann... Frei. Zack. Dann wird das Wasser nämlich von dem anderen eingenommen. Es kann sein, dass ich das jetzt immer so gemacht habe. Deshalb testen wir jetzt noch was. Wir legen das jetzt mal her. Dann haben wir ja nochmal einmal Crystal Lake Wasser. Nee. Okay. Okay, das ist, äh... Ist jetzt natürlich... Warte mal, was ist denn, wenn ich... Zwei reinschütte? Das ist jetzt interessant. Okay, zwei ist auch nicht stark. Wie viel Eimer hab ich denn? Ich hab drei Eimer. Mal sehen. Ich werde jetzt noch was testen, Leute. Wenn wir... Also, ihr habt's gerade gesehen. Wenn ihr ein Feld davon habt, dann nehmt das Wasser jetzt alles ein. Das war jetzt nicht der Plan, leider. So, warte mal. Nein! Verdammt. Okay, also bei den Vierecken ist es tatsächlich so. Das Wasser, was ihr oben drauf schüttet, ist automatisch das stärkere Wasser. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber, ich versuch jetzt nochmal, ob ich das hinkriege. Nein. Oh, ich bin so dämlich. Das ist jetzt nicht einfach, was ich versuche, Leute. Nehmt's mir nicht übel. So, haben wir drei Stück. Ne, auch drei Stück reicht nicht. Okay. Ähm, das ist sehr interessant. Also das heißt, wenn ihr jetzt einfach einen Spot Wasser habt und versucht das so wie ich, dann funktioniert's nicht. Okay, dann müssen wir es anders versuchen. Hier haben wir jetzt das ganz normale Wasser. Das steht ja. Ich mach mal hier was hin, dass es nicht, äh, eingenommen wird. Jetzt gießen wir das hier rein. Okay. Also, das normale Wasser nimmt es schon mal ein. Das Atios Wasser kann es nicht einnehmen, wenn es steht. Ähm, dann müssen wir jetzt mal zum Moldwasser gehen. Wir sind ja vorbereitet. Wir haben ja ein bisschen was da. Wir haben ja ein bisschen was. Bad Uff, ja. Da muss ich mal ja rum, ja. Das Einzige, was ich nicht da habe, ist, glaub ich, das Moldwasser. Aber weiß ich nicht mehr genau. Muss ich gleich mal gucken. Das gucken wir mal. Das sehen wir gleich. Bad Uff, ja. Haben wir hier irgendwo Moldwasser gehabt? Nee. Hier ist auch Atios Wasser. Aber wir haben auf jeden Fall hier jetzt das Moldwasser. Dann müssen wir es so machen. Okay. In der letzten Aufnahme, wo wir es gemacht haben, äh, die Wasser getestet haben, da ging das so, wie ich es jetzt gezeigt habe. Eben mit dem einen Feld. Das funktioniert nicht mehr. Aber auch mal gut zu wissen. Ich mein, ne? So. Machen wir hier mal ein bisschen. Machen wir uns mal hier ein bisschen Test Area. Was soll's. Okay, das geht nicht wegen der Pflanze. Aber das ist nicht so schlimm. Dann machen wir es einfach so. Jetzt brauche ich aber noch einen Boden, den wir nicht mehr haben, oder? Ach, Mensch, ey. Wenn du mal was brauchst. Aber wir sind ja, wir sind ja nicht blöd. Wir machen einfach jetzt hier den, den Grasboden weg. Ich glaube, das war aber blöd. Oder, oder, oder? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Nee, ich glaube, das ist egal. Bis auf hier. Ah, da können wir es aber dazu machen. Okay. Also wir haben jetzt hier das Wasser. Jetzt haben wir den Boden wieder verballert, ey. Hilft nix, Leute. Ich muss das mal den Boden holen. Gut. Da sind wir ganz auf alles vorbereitet. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wie gesagt, beim letzten Mal war es so, dass ihr das einfach reinschütten konntet. Dann habt ihr gleich gesehen, welches Wasser stärker war. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist. Aber auf jeden Fall funktioniert es jetzt hier nicht mehr. Aber zum Moldwasser zu kommen ist kein Problem. Das habe ich vorhin auch geholt. Das heißt, wir können es jetzt eigentlich überall relativ schnell testen. Und dann auch immer gleich in den Bereichen. Wir haben jetzt Atios, haben wir weg. Jetzt machen wir das Wasser. So, das ist jetzt zugemacht. Und dann müssen wir trotzdem hier noch eins hinmachen. Genau. Und jetzt gucken wir mal. Okay. Also das, äh, Mordenwasser nimmt es auch ein. Sehr schön. Aber bis jetzt nur das Atioswasser, was, sagen wir mal, Probleme macht. Äh, das nimmt es auch ein. Jetzt gehen wir nochmal zum Moldwasser hoch. Also ich habe jetzt mal Lava mit Absicht nicht gemacht, Leute. Weil Lava ergibt keinen Sinn. Äh, die Lava erstarrt halt zu Gestein. Also das kann halt nicht, kann halt nicht eingenommen werden, sage ich mal. So. So, was auf. Ja, ich hatte irgendwo einen Spot, wo Moldwasser war. Hier ist unsere Basis. Ja, hier war es. Zack. Ja, machen wir es halt so, ne? Was willst du machen? Geht es aber jetzt ein bisschen länger. Ich wollte jetzt so ein 2-Minuten-Video machen und habe gedacht, knallst du jetzt mal schnell raus, das Ding. Und zeigst mal die ganzen Gewässer. Aber, da muss man es umständlicher machen, aber geht trotzdem. So, wir haben 3 Eimer zur Not. Machen wir ja auch mal zu. Dann haben wir jetzt hier das Atios-Wasser. Und das geht auch. Okay, das nimmt es auch ein. Was wäre denn jetzt, was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt aber das Atios-Wasser drauflaufen lasse auf das andere? Das wäre jetzt mal interessant. Kicken wir mal. Wir müssen alles mal testen, Leute. So, mal sehen. Okay, er ist trotzdem stärker. Okay. Ach, sieht so schön aus, ne? Ist so leuchtend, herrlich. Mach ich dann. Komme ich mich jetzt nicht drum. Jetzt gehen wir erstmal zum Muldwasser. So, hier ist es. Oh, guck mal, da haben wir auch gleich einen schönen kleinen Spot. Nice. Da können wir es einfach gleich reinschütten, ohne jetzt groß Tarot zu machen. Und? Ja, funktioniert. Das Muldwasser heilt. Äh, äh, das Crystal-Wasser. Äh, ein Eimer, die schlauere Art, Wasser zu transportieren. Ja, danke, liebe Entwickler. Das haben wir jetzt auch rausgekriegt. Äh, das Crystal-Wasser heilt das Muldwasser, das Vergiftete sozusagen. Das ist cool. Was ist denn jetzt eigentlich? Ne, kann ich das? Ne, okay, kann ich nicht rausnehmen. Aber cool sieht das aus. Also, es ist eigentlich sogar empfehlenswert, Muldwasser zu machen. Eine große Fläche, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann aber das Crystal-Wasser reinzuschütten, weil ja dann diese, diese Ablagerungen, das Muld, diese weißen, die bleiben dann erhalten. Ne, das sieht cool aus. Das sieht ziemlich cool aus. Schick. Wir sind dadurch schon wieder Muld gebremst. Ganz klar. Ganz klar. Gut, also das Wasser nimmt es ein, das Wasser nimmt es ein und das Madenwasser. Jetzt könnten wir noch, jetzt könnten wir noch etwas gucken und zwar, also das Madenwasser haben wir ja auch. Und jetzt gibt es ja eigentlich nicht mehr viel anderes Wasser. Außer vielleicht im Steingebiet, da gab es ja auch mal anderes Wasser. Da können wir jetzt noch mal reingucken. Müsste eigentlich hier gleich ein Spot sein. Da kriegen wir mal Leute, das will ich jetzt auch wissen. Nimmt es das Steinwasser ein, aber ich gehe mal davon aus. Alter, was ist hier los, hier? Äh, hier haben wir Steinwasser. Da werden wir mal eine kleine Fläche bauen. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Brücke komplett verschließen. So, das geht so. Zack, zack. Zack. Nein. Egal. Ist egal. Baue ich dann alles wieder weg. Muss aber jetzt während der Aufnahme nicht sein. So, jetzt haben wir eigentlich hier alles gesaved. Dass jetzt nicht irgendwo Wasser reinkommt. Genau. Gucken wir mal. Ja. Ich mag das Wasser auch sehr, ne? Das Normale. Ich glaube auch nicht, dass das ein Unterschied ist zwischen Stein und oben. Ihr habt zwar verschiedene Fische drin. Aber ich glaube jetzt, dass es vom Wassertyp her ähnlich ist. Aber ihr seht, auch hier wird alles eingenommen. Also, ja. Und auch hier können wir ja kurz den Test machen. Aber ich glaube nicht, dass es was ändert. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es jetzt einmal hier vorbereitet hätte. Ähm, genau. Hier ist es zu. Los geht's. Ne. Es ist einnehmend. Also, ihr seht es. Das Crystal Lake Wasser nimmt jedes andere Wasser ein. Nur eben nicht das vom Atios Gebiet. Ach, Quatsch, Mensch. Nur nicht das vom Sankten See. Ähm, das schafft es nicht. An sich hätte es auch lassen können. Es sah ganz cool aus, ne? Hier ist so ein kleiner Spot. Mit, mit, äh, leuchtendem Wasser. Machen wir auch vielleicht, ne? Wie schnell, wie schön sich das ausbreitet. Ich finde es halt, sieht einfach mega cool aus, ne? Also, es ist... An sich macht das leuchtende Wasser auch, äh, fast überall Sinn. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Weil, ähm... Ja, es leuchtet halt noch dazu, ne? Das Crystal Wasser. Das einzigste, was wir jetzt noch testen können, ist... Aber da muss ich jetzt ein ganz kleines Stück laufen. Aber es sind jetzt einmal hier. Das geht. Äh, unten im neuen Bereich. Also im, äh, in, äh, in den, äh, in den Wüste der Anfänge. Da kann man mal noch gucken. Aber ich glaube auch nicht, dass es da noch eine Änderung gibt. So, Moinsen. Ganze Fischer und so. Schöne Bahn gebaut hier. Und schöne, schöne Straße, ne? So, so Art Autobahn. Aber leider, ähm, ja. Fahren wir kaum mit den Fahrzeugen. Wo ich ja damals schon gesagt habe, dass das für mich eigentlich das, äh, ja... Für mich persönlich am sinnlosesten ist. Weil ich die Fahrzeuge kaum benutzen werde. Weil einfach der Punkt ist, dass du, ähm... Dass du es nicht brauchst, ne? Du brauchst einfach keine Fahrzeuge. So, hier haben wir natürlich überall Wege gebaut. Weil wir damals noch die... Sehe ich gerade. Weil wir damals noch die Tierchen hochholen mussten. Und da mussten wir jetzt immer so Tunnel graben. Brauchen wir ja zum Glück alles nicht mehr. Und das seht ihr schon, da habe ich überall die Wände zugemacht. Dass die Tiere um hier in den Haar laufen können. Aber das brauchen wir ja nicht mehr. Und ich glaube, jetzt hier ist... Genau, hier ist das neue... Wasser vom, ähm... Der Wüste der Anfänge. Aber ich glaube, auch hier wird es keinen großen Unterschied geben. Also ich glaube, das wird genau dasselbe Spiel werden. Ist egal. Wir machen es trotzdem. Ja. Wie ich mir es gedacht habe. Okay. Ja, schön. Also, äh, es nimmt alle Wasser ein. Außer... Das Wasser vom... Sankensieb. Meine Herren. Außer das Wasser vom Sankensieb. Ich glaube, das macht aber auch Sinn. Weil, wenn das... Das Wasser vom Sankensieb einnehmen würde. Und ihr würdet so ein Biom freilegen. So ein Crystal Biom. Dann würdet ihr ja instant... Die, äh... Die komplette... Also das komplette Sankensieb-Biom fluten. Na. Ich glaube, das ist so gewollt. Weil, wie gesagt, das Wasser... Also dieses Biom besteht ja aus hauptsächlich Wasser. Darum geht es ja dort. Und wenn ihr halt jetzt das neue Wasser dort mit dem alten verbindet. Dann würde ja quasi das komplette... Äh... Ja, Sankensieb-Biom sinnlos werden. Weil das halt das komplette neue Wasser einnimmt. Deshalb glaube ich, ist das schon so gewollt. Das ist so gemacht. Aber alle anderen Wasser besiegt das. Also es ist... Im Moment nennen wir es mal das stärkste Wasser. Und ihr könnt das ganz beruhigt irgendwo reinschütten. Außer dem Sankensieb-Wasser. Und... Ja. Damit dann quasi eure... Sache oder eure Becken füllen. Ihr müsst allerdings, wie gesagt, dann auch wieder aufpassen. Andererseits. Wenn ihr das gar nicht wollt. Und wollt nur einen Fleck machen oder so. Oder macht es aus Versehen. Dann müsst ihr halt relativ schnell das Wasser abbinden. Weil das halt alles einnimmt. Das musst du halt wissen. Ja. Aber auch immer schön zu wissen. Schön getestet. Schütt mal ein bisschen Wasser her. Vielleicht wächst was. Ähm. Ja. Ich sag danke fürs Zusehen. Hoffe es war auf euch interessant. Ihr hattet Spaß. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Und schön mit euch.